Die Rotenturmer Altnoren feiern 2019 ihr 20-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass brachten sie auch ihre erste ZD heraus. Am Sportplatz in Rotenturm wurde die ZD dann präsentiert. Viele Besucher waren gekommen, um mit den Altnoren zu feiern. Es ging dann noch richtig zur Sache. Mit viel Musik, Essen und Getränken wurde dann noch lange gefeiert. Willkommen in Österreich! Musik Applaus 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 Es war ein Mann, wir halten ihn, und wir verstanden erneu. Wir denken, es war ein Mann, wir halten ihn, und 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 wir halten Es kommt jetzt ein bisschen ein Stimmungsbruch, bevor ich mit der offiziellen Begrüßung beginne. Ich möchte mit einem Totengedenken beginnen. Ich darf allen, denen es nicht wirklich schwerfällt, bitten, sich von den Plätzen zu erheben. Wir denken heute ganz besonders an einen lieben Freund, der bei den Oldenorden von der ersten Minute an der Beimah und bei uns eine kräftige Unterstützung und eine große Hilfe war. Wir denken an Aspern Hansi. Ich danke für die Trauerkontgebung. Gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen heute Kranken, Mitgliedern und auch Fans, die heute nicht dabei sein können, Ihnen auf diesem Weg alles Gute und eine gute Genesung zu wünschen. So, geschätzte Damen und Herren, unsere Europagemeinde, gemeinsam mit unseren vielen auswärtigen Gästen, im Namen der Oldhorn, Fusi, Rotenturm, darf ich alle Anwesenden und Gott sei Dank sind trotzdem schlechten Wetter, sehr viele gekommen, sehr herzlich begrüßen und so als 20-Jahr-Feier mit CD-Präsentation herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns, danke, wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Gast, egal ob Weidlein, Männlein oder Jugendlicher. Wir werden uns bemühen, eure kulinarischen und auch musikalischen Wünsche zu erfüllen. Feiern, helfen wir alleine an, Kinder, aber wir wollen die Gelegenheit nützen, jetzt schon einen Riesen-Dank an euch alle auszusprechen, für die vergangene, aber auch für die zukünftige Unterstützung. Herzlichen Dank. Applaus Geschätzte Herr Obmann, liebe Old-Normusik, liebe Roten-Durmerinnen, liebe Roten-Durmer, liebe Gäste, vor allem unsere Gäste auf Polnisch-Kreuz, werte Anwesenden, ob Männer, ob Frauen unserer Vereine, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier bei dieser Feier der Old-Normusik 20 Jahre und CD-Präsentation. Sind wir hier in Roten-Durm noch vor wenigen Wochen vor dem Feuerwehrhaus gesessen und haben den Gängen der Feuerwehrkapelle zugehört, eine Kapelle mit über 100 Jahren Tradition, um zu feiern wir heute 20 Jahre Old-Normusik. Aber sind Sie uns ehrlich, ich glaube, trotz dieses geringen Alter, trotz dieses 20 Jahren, sind diese Old-Normusikanten aus unserer Gemeinde, aus unserer Gemeinschaft nicht mehr wegzudenken. Denken wir an die vielen Aufschnitte im Laufe der Jahre, egal ob das fast Dienstag, diverse Faschungsumzungen etc. sind. Erlauben wir bitte einen Mann aus dieser Kapelle besonders hervorzuheben, und das ist der Fischertone. Der Fischertone seit 15 Jahren bei uns im Roten Turm und zwischen 87 Jahre alt und noch voller Energie und voller Kraft bei seiner Tätigkeit hier als Beifelsgangspüler bei den Old-Normusikanten aktiv. Liebe Old-Normusikanten, ich wünsche euch noch für die Zukunft viel Kraft, viel Freude bei euch aufzudenken, und ich bin stolz, Bürgermeister in der Gemeinde zu sein, bei der man sagen kann, wir haben eine Kapelle namens Old-Normusikanten. Dankeschön! Applaus Da haben Sie gesagt, dass die Firma Herzog von den Mogen entsteht? Ja, aber da schießt einen, weil das die auf die Untertitel zu schaffen. Warte, warte, warte! Fernseh. Ach, jetzt kommt hier ja die, ist nächstes. Hm? Musik Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Musik 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 Ich bin der ersten an! Ich bin der ersten an! Ich bin der ersten! Ja, ich bin der ersten, Mädels! Ich bin der ersten, Mädels! Ja! Ja, jetzt, wir kassen auch nicht vordenken. Jetzt... ...und, Leute! ...und, ihr denkt... Steh mal! Wisschen mehr auf, alle Stimmen auf. Alles! Dieses? Alles, alles, aufstechen! Alles! Dieses? Alles aufstehen, alles aufstehen, alles aufstehen Das kommt von Rudern, das kommt von Segeln Der kommt von Schützen vor der Brot Der kommt von Rudern, der kommt von Segen Der kommt von Schützen vor der Brot Ja, wo er sich jo bringt das am Anfang vor Wir sind da ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traumst und ein Traum. Und wir sind da ein Traum, wir sind da ein Traum. Die Hüge und die Kamera. Die China-Sales-Wayner. Die Sonne, die Hüge und die Kamera. Musik Kämtche, kämtche, kämtche. 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 Kämtche, kämtche.